Frau war auch dabei, auf der Fasselang. Die Burschis, die waren geil auf sie und haben sie vonge... Er hat sich nichts verändert. Später dann am Abend, da ist sie eingedickt. Ein Held, der sich schnell fand. Er hat sie dann gewechselt, gerade nach Haus. Au, 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 au. Oi, 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 oi. Au, 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 au. Neulich bat ich meine Frau, ihr sollt euch doch kommen, so eine Trostkohle, würde ich auch so sagen. Neulich bat ich meine Frau, will doch mal sechsmal wieder stehen. Und fing so gleich auch an, wenn sie ganz doll zuverölen hat. Die Frau, völlig langgeweilig, wusste gar nicht, was das soll. Und stöhnte, als ich, dann kurz davor. Ach, was macht das wohl beim Altien? Und jedes Land ans Kindermachen, will die Tür zur Pflicht. Man muss den richtigen Zeitpunkt treffen, weil sonst klappt das Arommes. Sie weiß gar nicht, was los ist, das ist richtig. Geht es dann, als Kinder machen, will die Tür zur Pflicht. Jetzt ein schneller Schiff, dann muss der richtigen Zeitpunkt treffen. Weil jetzt klappt das? Nicht! Die Frau sagt, das, was wir nicht brauchen, geht nur an der Ops. Das Bremen hat der Nummer 1, die Heidekug war raus. Und das...